so das licht ist an und wir gehen weiter hallo hier sind lauter kisten die man nicht looten können ja es ist ätzend hier kann man nix looten was ist hier mit ihnen hans frost nein nicht hat so aus gar nicht abhörte korte sagt er ist der größe gehen hans frost bewacht nicht mehr die mauer nee hans frost ist ja auch ein jahr her wie wir wissen ja trotzdem oh gott danke der hat sich selbst nass gebraucht das hätte rückwärts oh da ist er tot tot unten steht noch einer da wurde der hiel war durch der hiel war durch spritzige angelegenheit oder hier lassen wir mal die leute frei nee hans frost ist nicht umsonst eingesperrt das lasse ich nicht zu geht nicht anders bernin hell bätsch ist da strahlte was einer rechte allerdings eine sackgasse hier er hat sagt gesagt mitten im lp schämlich fäkalwörter fäkalien alle türen sind hier zu was sollen das warum sag ich doch so was was passiert wenn man mal zusammenarbeitet willst du die weg klein immer sagen von wollen ist hier gar keine rede ich war tot wie kommt's da hat einer ein herz fallen lassen ich hole es mir sparten man was ist das denn heil dich mal mit netze hallo da eh rett Verdammt! Nicht auf mich! Scheiße! Er hat ein Leben mehr! Das war so'n Zelda-Herz, ne? Ich weiß nicht, hab' Zelda nie gespielt. Ach Gott, was darfst du denn nicht sagen? Doch, Kinder sind Kinderspiele. Ja, damit du mich wieder tötest, soll ich dich retten? Das ist klar. Dann bist du doch alleine. Hier liegt Lauch rum. Oh! Ich hab' den Kreisel nicht gesetzt. Ich hab' das auch nicht gesetzt. Tot! 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 Der Hegel war durch. Hat jeder gesehen. Ich hab' Videobeweis. Alter! Was stressen denn die Köche hier? Bei dem geheilt? Tot! Ich komm' hier nicht weg! Hohoho! Das ist mein Herz! Da ist noch eins! Wofür ist das? Für die Kraft der zwei Herzen? Boah, kannst du cool heilen! Ich hab's aber über das Pergament geschafft. Hier liegt Lauch. Hier liegt Lauch. Lauch! Dreckiges Geschirr. Wie sieht's denn hier aus? Sie sollten mal ein paar Köcher einstellen. Wo ist Johan Lafer? Da steht Johan Lafer. Nein, du hast Johan Lafer getötet! Nein! Nein! Das ist das Geile da dran. Man kann mich jetzt wieder töten. Das sind welche. Ich hab' mich von unten nach oben aufgeschlitzt. Frosty the Bightman. Klasse! Random Blitz und er trifft mich. Ja, genau, den wollte ich da hinhaben. Ja, ist doch schön. Bist du zwar ein bisschen feucht, aber passt. I know that shit. Ich hab' dich feucht gemacht. Gib's zu. Hat jeder gesehen. Artefakte ändern die Spielregeln. So, wo sind wir hier? Ganz oben im Turm. Vielleicht kommt Neff. Ach ne, der labert so viel. Hm. Muss man vorher noch die Gruppen... Oh, hier, was ist da? Hier, hm. Hier ist die Familie. Natürlich. Das Bild würde ich mir auch ins Wohnzimmer hängen. Sieht schon cool aus, ja. Da müsste aber dann... Das müsste dann aber deine Mutter sein? Ich? Du? Da oben kommen, komm, Glühwürmchen. Und sonstige... Meeresungeheuer. Ich hab' wieder kein Glück. Muss einer sterben. Jetzt hab' ich... Ich bin Toad. Ja, jetzt hab' ich auch wieder Toad. Ja, ob du Toad hast, ist mir egal. Ich bin Toad. Ich bin Toad. Backe! Toad. Ich bin Toad. Ich bin Toad. Ich bin Toad. Ich bin Toad. Oh, Toad. Das hätten wir geschafft. Ja. Der Level... Level ist durch, Leute. Ja, das Spiel ist durch. Wir machen den Level nochmal. Weil er so schön war. Das war mal GK2. Du legst doch jetzt mal. Wie legge? Du legst nicht. Du sollst relaxen. Wir müssen zwar mal wieder hier mal zusammenstrahlen. Zusammen verstrahlt sein. Ich schnapp mir einen von unten. Ich schnapp mir einen von unten. Ich schnapp mir einen von unten. Das bin ich. Ja. Ach. Ich schnapp mir einen von unten. Oh Gott, eine Riesenbombe. Ach, die Spasten. Na, die Spasten. Na, klasse. Ach, da war noch ein Zwerg. Den habe ich nicht wahrgenommen. Boah! Entschuldigung. 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 Ich bleib stehen. Alter! Fick dich doch! Halt dich selber, dummer Spaten! Wo geht's hier oben hin? Oh, was ist hier oben? Blumen? Hier ist der Balkon. Da regnet es wieder. Ich würde da nicht rausgehen. Witz. Hier ist die Auslage. Gemütliche Sessels. Hier kann man nichts anklicken, Joram. Hier kann man aber... Vielleicht kann man ja, aber... Warte mal. Bücher verbrennen. Was ist hier wieder für Bildchen? Oh cool, das ist logisch. Ähm. Hekate, Hekate. Hekate will es ganz langsam. Wow, lady Diana. Und Näna. Hallo bros! A-a-a-kokka-brummer! Waka takka no! Jeeba del Puder Rosomar-Pee-da-peepel-taaan! Hmhm. 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 Oh, ich bin tot. Na doch, noch nicht. Jetzt bin ich tot. Rhythmische Feuerkreiswärts ist sehr, sehr geil. Tot. Ich schwere dich doch, dass du geretzt wurdest. Oh. Bist du tot? Nee. Dieses Geporte-Nerv. Jetzt bin ich tot. Boah, ich schläg diese Kugel nicht weg, ne? So gut. Danke. Diese vernudelten Kugeln hier. Aua. Was war das? Win-Win-Situation. Das war heftig. Und nichts zum Anklicken. Nur ein Platz in der ersten Rache. Was war das jetzt? Was war das? Ein Pergament, du Spaten. Hast dich dran geschnitten. Bist verblutet. Hier muss man irgendwas machen, oder? Ja. 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 Oh ne, nicht wieder ins Nasse. Prinzessin. Oh ho ho. Donut. Da heilt was. Cool. Dann heilt. Ich geh immer dran vorbei. Wo ist er hin? Ja. Geh ich dir ins Licht Du hinterlässt eine Spur aus reinen Blumen Was ist denn hier für eine Stress-Situation gerade im Schloss, Harry Harry, Waldfleisch, schnelle Vögel, warme Bademäntel Bumsi Bumsi hat 6000 Tote Oh, Tote Was, tot, hallo Ich hab doch dieses Ding gesetzt Jetzt hast du ein Ding gesetzt Der hat sich auch ein Ding gesetzt Ich hab mich auf ein Ding gesetzt Verdammt, nochmal Ich drehe mich Nein, nicht zu mir Jetzt Ist schon heftig, dieses Skill Manche nennen eine Skill Regen eines Kölnes Naja So ein Todfeuerstrahl mal eben Brittel und schon bist du gelöscht Wenn, das musst du so machen Wie macht mir das? Na mit Steinen Sei doch mal logisch Oh, da ist noch einer zum Quatschen Nein, nein, nicht Thomas Komm her, kleiner Thomas Ach komm, der ist so arm dran Ja Ja, okay Bye, Tommy Wie sieht's mit der Zeit aus? Die Zeit sieht gut aus Sie schreitet voran Nicht so wie wir hier Boah, ich will eins von diesem fetten Schwert haben Wir kommen hier nicht voran, weil hier geht's nicht weiter Hallo Ich gratuliere Ich habe mich selbst geopfert, damit du diese Türe vorst Zipende 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 Ne, jetzt ins Bettenlager Willkommen in den königlichen Gemächern Ohne Ukulele Das war weh Aber nochmal Geordentlich einen weg Danke Inkllusive meine Wenigkeit Multigill Multigill Multipass Was lässt du ja immer auf Toteis Oh, das ist der brochene Warnier Schwert Nein Lass es mich aufheben Nimm's doch da Da unten liegt's Geht da nicht dran Und ich sag mir noch Geht da nicht dran So Ich kann mich nicht Ja, ich kann nicht Zipende Achso, ich bin wieder da Schlafwütze Ich bin aber Dote Wenn du mal kurz Zeit hättest Nein Die falsche Lass mich Lass uns mal die Hand hier Geflat mitnehmen Wo kommen die denn alle her Mach da mal Leben hin Okay, gut gemacht So kann man's machen Oh, wir sind alle tot Wish somebody could mei tot! ich auch! drache! drache! sofort drache! boah nervt das gerade! na geht doch! ich halte dir in den rücken! ich fall mir in den rücken! da hat einer mal um auge spielt! oh komm wir ruhen uns hier auf dem runden tableau mal aus! wir ruhen! ich muss mal dringend ausruhen nach dieser stressigen zeit hier im schloss und wir sehen uns morgen wieder hoffe ich! gute nacht! tschüss!